Ladies and Gentlemen, Rundes! Ich wollte das Spiel doch leiser machen, aber egal. Ja mach doch! Nee, geht gar nicht mehr. Achso. Ladies and Gentlemen! Sven ist genug! Wir spielen wieder gegen England! Diesmal hab ich mir Uruguay ausgesucht. Ich hab einfach mal ein bisschen was anderes Maken. Und ich probier einfach mal was. Man kann auch mal eine Aufstellung ändern. Wir spielen einfach mal komplett offensiv. Da hab ich mal Bock drauf. Komplett offensiv jetzt spielen? Ja, ich spiel es mit drei Verteidigern nur. So. Wir fangen wieder mit Sven dabei. Hoffentlich habt ihr auch Bock wieder auf eine geile Runde. Bin ich hier zu Baza Online. Herzlich willkommen erstmal. Hallo! Gleiche Regel wie bei der ersten Folge. Es gibt keine Regeln. Genau. Bam! Stuck-Round-Stadium. Wieder am Tag. Gibt es eigentlich noch ein anderes Stadion? Weil bis jetzt kann ich nur das? Ja. Ja, das kannst du am Anfang aussuchen. Ah, okay. Du musst halt immer jedes Mal individuell ändern. Achso. Kann man auch Wetter ändern oder immer nur ein schönes Tag? Tag. Abend. Nachmittag oder so. Ah, okay. Nacht oder so. So, Uruguay ist am Start. Gucken wir mal, was die so können. Victorino ist der Spielmacher von denen. Bam! Adam hat den drauf. Der hat schon wieder aufs Leben gefault. So, leider. Schiri, die Fighters ist kein Foul. Panther Schuss, Junge! Nein! Oh, Panther! Komm schon, komm, wir sind! Oh! Aber weißt du, dass ich das nicht ganz verstehe? Was denn? Im Anime, ne? Ja. Da gab es Fouls. Da wurde auch schon wieder aufgepfiffen. Ja, nur... Das geht nicht. Also... Das ist doch geil. Jetzt kommt der Scharfschütze! Ach, nee! Wir haben mit Déjà-vu! Boah! Sveni! Alter! Wieso kriegst du den Schiff so schnell hin? Ja, einfach aufladen! Ja! Sobald du die Aktion gewonnen hast, musst du aufladen. Drücken. Dann fängt der nämlich schon ein bisschen an. Alonso, make that jetzt! Ne, Ramirez! Okay, doch nicht! Sven, warte mal kurz, ich muss mal Ausdrucken! Nein! Sven, warte! Nein! Oh Gott, was war das denn? Oh Gott, er ist drin! Ah, nee, dann. Ich war eigentlich nur passen! Ach, nee! Ich will jetzt in einer offensiven Formation auf jeden Fall 3-5-2! Ja! Sven spielt immer noch die gleiche! Letztes Mal! Das ändert aber nichts an! Pantaschuss! Alter, es kommt doch jetzt nicht! Ah! Einer noch! Einer noch! Guck dir die Ausdauer rein! Ich wiederhole! Bester Mann EU-West! Ja, du! Ein Schuss noch, aber dann ist das eben der Bester Mann! Trotzdem! Wals ob! Wanns ihr das denn? Sven, warte mal kurz! Sven, warte mal kurz! Sven! Sondern mal Erndmann! Nein! Danke schön! So! Testen! Sven! Erndmann sein! Jo! Okay! Danke Sven! Sven Erndmann! Turboschuss! LOL! Aber wir wissen es jetzt! Sven Erndmann! Lass uns Leck für Sven! Nein! Sven den wir doch nicht mehr testen lassen! Aber danke! Aber danke! Du machst es wie eine Panther! Kann das sein es ja? Boah! Was war ich denn? Boah! Was ist das denn gewesen? Der hat sich ins Tor geleckt bei mir! LOL! Ja, einige... Die gestämmigen Verteidiger haben wie viel zu sein! Fähigkeit! Wie geil ist das denn? Einige Verteidiger haben die Fähigkeit! Wenn die im Weg stehen, quasi vom Schuss, dann schmeißen sie sich davor! Wie cool ist das denn? Dalu ist ein großer Fan von der Fähigkeit! Ja! Ich auch! Solange sie mich hier blockiert! Boah! 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 hat die v-zone aktiviert wie geht das was passiert machen nix wie gesagt solle sachen laden sich jetzt alle schneller wieder auf ach ok das kann das kann passiert jetzt so gleich zum 10 nein einigermaßen die zeit problematisch für uns das ist ein Weg durch das werden Lassen zu erheben das ist eine Wende 9 das ist eine Warte alle diese Läden in der Eier zu bilden ich bin ruhig was auflernen ist der Aufwand hat was hier kann wenn ich gleich das Gefühl der eine eigene Hälfte um wenn ich wieder im täglichen märschweinchen das ist von massias kam mir ist umgehauen Nimm das du Lutscher ah nein nicht der Panther Nessl Ey, Yannick, Mann. Ey, Smith. Komm her. Nee. Ich will dir mal zeigen. Der gescheitert. Scheiße, geht gar nicht mehr. Weißt du, Mann? Jetzt ist er schon den Panta-Schuss. Hör auf den Scheiß! W-spielt Hand. Loi. Krass. Loi. Ach, das will ich schon mal aufschlossen und ich bin aufschlossen. Ich mein jetzt. Oh, okay. Egal, was ist auch egal. Oh Sven. Oh, es frech. Sven, sorry. Sven. Ich moll Panta, eh, passen. Ich moll Panta. Ich moll Panta, äh... Passen. Geh da rein, an dich. Sven, das ist so leise schluss. Ach nee! Hast du! Easy! Er hat es geschafft! Nein! Oh! Sven, kannst du den Pasta schon... Da war ich ganz! Sven, gib mal den Helfen, den Pass zeigen! Geil! Gib mal den Helfen! Sven! Ich hab... Passt hab ich! Gefault? Wieder immer Foul sagen möchtest du! WALS AB! WALS AB! Schiebung! Fass! Nein! Nein, 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 nein! Ramon! Das hast du mal gemäßt. Auch ein Panther muss man schießen. Hast du TP gesehen? Sven! Ja, ne? Nein! Nein! Was? Hä? Spiel? Hallo? Hä? Was hast du das denn gerade? Dann hat sie... Dann ist Gott durchgeflogen in meine Richtung! Ja, Mann, irgendwie! Hä? Aber wenigstens haben wir die gleichen Lacks! Ey! Nicht alle Lacks! Gib mir den Ball zu! Nö! Danke für's, Sven! Nein! Das ist Jan, Mann! Ey, Sven! Verdammt! Sven! Kennst du die Panther-Schüsse? Du, wieder Kack-Panther-Schuss! Aaaaah! Ja, du kannst auch Distanzschüsse machen! Du lässt mich ja nicht mal aufladen! Ja, mach doch! Wie war das denn? Hä? Hä? Spiel? Ich mach grad... Ich fahr mal ein bisschen, ne? Äääh! Der dip gerade! Depp, 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 depp! Ich lauf mit dem Ball rum! Muss ich nicht einmal foulen? Schnittschuh! Ah, okay, jetzt hörst du! Hä? Foul? Ne, Ende! Warte auf Gegner! Ja! Ja, ich hab jetzt nie weitergedrückt! Hä? Was ist das denn gerade? Bin ich mal hier auf dem Ball rumgeschwebt oder irgendwie so? Du hast, du hast Schnellschuh gefahren! Ah, okay! Ja! Na kommst du nochmal! Okay, warte! Keine Ausdauer! Wie, keine Ausdauer? Ah! Wie viel Ausdauer müssen die denn haben? Alles voll oder was? Geld! Das ist Geld! Das ist Geld, bleibt! Das ist in den roten Bereich, kommt! Ah, okay! Nein! Hopsag, Hinschmeiß! Ey, wie? Hab ich gerade ein paar Bugs hier! Ja, du sagst nicht im Ball sein zu! Vielleicht gewinnst du das Ding auf nur! Ah, kann sein! Weil ich Bugs hab! Ja! Wollen wir den Patsam mal fragen zu! Hehehe! Oh, Mann ey! es gibt es gibt es hier was da würde ich schon immer mal zeigen was wenn ja der megatonnen schuss macht man hat man das ist ein guter schuss hier das ist ein guter was du kommst er immer wieder durchgeführt wird hier aber wie sie ich will auch überhebliche Schenk mit dem Ball was ist es BAM Sven ich wollte Pantaz Sven es gibt ja es gibt so ein weißt du welche Katzen hatte ich ganz normal ich zeig dir mal her Sven die fack jetzt die Dinge hier aus nein oder fack hank ich immer ja aber das bleibt mir so das läuft ja auch naa ah das ist mir der Vigo jetzt hasst mir ab zum Dribble geboren hast du gehört zu mir leider keine Ausdruck boah Latte Ramirez was tun so weit vorne Sven ja nein ich hatte keine Ausdauer meine Kamera ist gerade gefreeßt ich war noch in deiner Hälfte was da gar nicht mehr los war das war ganz super kacke das mich so umdribble dass mir die Kamera gefreeßt ist so krass war so ein Dribble Sven Sven will doch nicht aaaaaaah faul Sven wartet immer zu lange jaaahhh ohhh 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 oohhh Svein kennt schon die Panta? Ey, ey, Yannick Mann! Woah! Kenn schon die Panta, Sven? Wie ist ein andere Pumpein gekommen? Doppeltrippling! Nein! Panta! Sveni, ey! Was? Nice! Sven? Sven? Du hast einen Meinung! Panta! Boah! Was? Na mein! Wie ist denn noch? Das habe ich aber nicht richtig gedacht. Wieso? 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 Doppelt... Weiß ich, ob sie haben wohnt, habe ich mich sehr wecklig gehabt! Auf mich ist das nicht weg! Also, wie denn die Inspatthaltung, ne? Es ist ein Kamera! Es ist ein Kamera, Pant! Es ist ein Kamera! So gut, war's! Äh, äh, alles gut! Okay. Alter, ich fühl mich, als ob ich ein Kind rausdrücken würde. Ich lache übrigens, wenn. Nein! Das kann ausgehen, wenn du dir war, war ich nichts mehr so. Ich war nichts mehr so, ach! Bei der 2.3 ist es mal so, dann geht die auch wieder voll. Das Belohnung quasi. Ah, okay. Ich habe nur eine Katzenart entdeckt, weißt du dann. Zeig dir den. Was tat denn? Sven! Ah, BAM! BAM! BAM, Jungs! Komm schon, Tor! Nein! Nee, der ist ja gerade bei der Hälfte, Sven. Noch zwei von den Dingen und dann... Nein, nicht bei mir! Nicht bei mir, Früchte! Nicht! Nein! Nein! Oh mein Gott, einer noch, Sven, einer noch, Sven! Hey, nee, warte, liegt der immer noch! Wir sind hier nicht bei Italien! Nein! Nein! Nein, nicht den Pantherschuss, oder was noch rüber! Ah! Sven, es gibt eine neue Katzenart! Okay, er hatte keine Katzenart! Nein, hör auf! Oh, jetzt hat er wieder Ausdauer, weißt du? Nee, her! Ich habe keinen Spieler bekommen! Schieben! Schieben! Panza! das ist schon möglich habe ich wieder bekommen hat er treu sein ob er ist voll oder noch nicht mehr das war so gut wenn die Welt verschießt oder das ist ein bisschen wieder vor Arten die überraschend die die Fremd das wäre Hey Sven. Ja, Janik, Mann. Ja, lass mal. Zeig ihm mal was. Er ist von Daniel. Daniel? Ich hab so eine neue Katzenarte für dich. Ach, nee! Einfach von zwei Drittel schießen. Wieso? Er sagt, wer mich bekommen hat! Sven, das ist Mogen. Jetzt kommt er mit Sova. Nein! Wie Sova? Ich hab noch mit der AT gemacht hier! Ja, aber gegen Greci ist das nicht so effektiv. Wie komme ich denn weg? Ausweichen. Ja, wie kann ich denn ausweichen, wenn das nicht funktioniert? Ja, das ist halt auch noch meine Schwäche, wenn die auf den Zug liegt. Deswegen, Italien macht das immer. So. Ah, okay. Deswegen muss ich Italien auch wiederholen. Wir mussten schon gar nicht das erste Spiel wiederholen. Ja, Sven. Lass doch mal. Nein! Sven! Kommt schon ein Tor! Nicht mal das! Na, die... Die Kamera ist gerade unscharf geworden. Wow! Kater! Eine Minute noch Sven. Woh! Jaja... Woh! Ah... Fast. Ab ihn dringend. Halt's ab! Fass! Woh! Woh! Sven, wen zum wissen hier. NICHT! 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 Ich gewähne das Tor! 1,5 Minuten hat Sven noch 2 für deinen letzten Schuss und dann eher ein Tor noch zu machen. Ich hab keinen Ausdruck, fuck me! Es ruckelt! Es ruckelt gar nicht! Was ist das Ausrede? 2! Das ist keine Ausdauer, Junge! NICHT! 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 In 3 Runden, Sven, dann hast du ihn! Es wird immer ein Tor weniger! Sven hat sogar mit beiden Besitz können! Egal! Ich hab nicht mal zur TV-Zone! Mega frech! Oh, Mann ey! Auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen! In der Folge 2 hoffentlich hat's euch auch gefallen! Und lasst es uns auf jeden Fall wissen mit einem Like! Mit einem Abo! Oder mit irgendwelchen wunderschönen Kommentaren, die sagen, wie krass Janik ist auch wieder bei mit seinem Platteschuss! Oder wie krass ich einfach hier gespielt hab! Weißt du, ich hab Janik im Duell besiegt! Im Duell! Nur um mir die Beile zu schenken! Und 3 Runden bis zum nächsten Mal! Tschau! 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 Haha! Haha! Tschau! 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 Tschau!